Gemeinsam für ein inklusives Bielefeld. Der Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Herzlich willkommen zum Podcast vom Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion. Das Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion setzt sich für Inklusion in Bielefeld ein. Das Ziel ist, Bielefeld noch inklusiver zu machen und allen Menschen in Bielefeld Teilhabe zu ermöglichen. Dazu macht das Bielefelder Aktionsbündnis Inklusion verschiedene Veranstaltungen und Aktionen, zum Beispiel diese Podcasts mit Lesungen in leichter und einfacher Sprache. Inklusion kann nur gelingen, wenn alle mitmachen. Deshalb muss Inklusion auch als Auftrag an alle verstanden werden. Das heißt, wir alle müssen uns immer wieder darum bemühen, Barrieren abzubauen. Und dafür haben wir heute einen besonderen Vorleser. Manuel Hornig, ehemaliger Profifußballer vom DSC Arminia Bielefeld. Manuel, wann hast du zuletzt einen Text gelesen und dachtest, nee, das verstehe ich nicht? Ja, das ist mir tatsächlich gerade vor kurzem passiert. Und zwar, als ich die Texte für meine Schüler in meinem Erdkundekurs in der Q1 gesichtet hatte und habe mir die Texte dann so angeschaut und dann gemerkt oder selbst erst mal durchgelesen. Dann habe ich gedacht, oh, die sind da wirklich schwer verständlich. Ich bin mal gespannt, was bei den Schülern so rauskommt. Und da ist mir erst mal wieder bewusst geworden, wie Texte doch unterschiedlich aufgebaut sein können. Und ja, also den Text fand ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen schwieriger, zugegebenermaßen. Was gefällt dir an leichter und einfacher Sprache? Ja, bei leichter und einfacher Sprache finde ich es einfach toll, dass alle Menschen am Lesen teilhaben können. Ich glaube, das Lesen ist ganz, ganz wichtig. Lesen ist wichtig für die Gesundheit, um Stress abzubauen, ja, um kreativ zu sein, Fantasie aufzubauen, sich vielleicht auch eine Sozialkompetenz aufzubauen, um sich in andere Menschen besser hereinversetzen zu können. Sie fördern die Konzentration. Also es gibt ganz viele Aspekte, weswegen das Lesen, das Leben eines Menschen bereichern kann, sage ich mal. Und ich finde es halt unheimlich wichtig, dass alle Menschen daran teilhaben können, ja, vielleicht auch Menschen, die irgendwo ein Handicap haben und trotzdem, ja, Texte genießen können und damit umgehen können und auch diese Kompetenzen erwerben können. Was liest du heute vor? Ich lese heute vor, das perfekte Geschenk. Ja, das ist eine kurze Geschichte in leichter Sprache. Da geht es um diesen Arminia-Kontext, um unsere tollen Fans von Arminia Bielefeld, ja, die wir total vermissen momentan in Corona-Zeiten. Das ist eine außergewöhnliche Situation, dass wir bei den Fußballspielen keine Zuschauer da haben, die wir natürlich sehr brauchen könnten, gerade in der Situation als Aufsteiger in der ersten Liga, unsere Fans hier in der Vergangenheit immer wieder nach vorne gepeitscht haben. Das ist natürlich schon ein Verlust für uns und natürlich aber auch für die Fans selbst, die mit Sicherheit den Gang ins Start total vermissen. Und ja, das ist eine schöne Geschichte, wo es um unsere tollen Fans geht, um das mal wieder so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, gerade in diesen Zeiten, an denen Sie zumindest mal nicht im Stadion teilhaben können. Toll! Dann hören wir jetzt eine Kurzgeschichte in leichter Sprache, vorgelesen von Manuel Hornig. Das perfekte Geschenk. Eine kurze Geschichte in leichter Sprache. Ingo sitzt mit seinen Freunden in der Stammkneipe. Hier treffen sie sich vor jedem Heimspiel. Dann gehen sie zusammen ins Stadion. Heute ist das letzte Spiel vor der Winterpause. Alle freuen sich auf das Spiel. Alle sind große Fans von Arminia Bielefeld. Ingo ist heute aber schlecht drauf. Die anderen lachen und machen Witze. Ingo sagt kaum etwas. Dirk ist ein guter Freund von Ingo. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit. Er merkt schnell, dass bei Ingo was nicht stimmt. Dirk setzt sich zu Ingo und fragt. Ingo, was ist los mit dir? Bist du heute nicht gut drauf? Ingo nimmt einen Schluck von seinem Bier. Er sagt, ach Dirk, ist alles blöd gelaufen in den letzten Wochen. Und jetzt sind es nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und ich habe nicht mal ein Geschenk für Karin. Karin ist Ingos Freundin. Die beiden sind schon drei Jahre zusammen. Ingo ist sehr glücklich mit Karin. Er wollte ihr was Besonderes zu Weihnachten schenken. Aber dann ging alles schief. Ingo erzählt, erst musste mein Auto in die Werkstatt. Und letzte Woche klaut mir jemand auf dem Weihnachtsmarkt das Portemonnaie. Das ganze Geld. Alles weg. Personalausweis, Führerschein. Ich muss alles neu beantragen. Und das kostet auch wieder Geld. Und Geld habe ich gerade nicht. Ich habe nur ganz wenig gespart. Und das ist für die Autoreparatur draufgegangen. Ingo nimmt noch einen Schluck von seinem Bier. Dirk hat Mitleid mit Ingo und sagt, Mann, das tut mir echt leid. Ingo haut wütend auf den Tisch. Er sagt laut, Mann ey, wenn ich wenigstens ein Geschenk für Karin hätte. Dirk wundert sich und guckt sich um. Er fragt, wo ist Karin eigentlich? Normalerweise ist sie doch auch bei jedem Heimspiel dabei. Ingo sagt ruhig, Karin muss arbeiten. Sie ist doch jetzt in der Großküche. Das gefällt ihr gut. Ist aber auch sehr anstrengend. Die anderen machen sich fürs Stadion bereit. Dicke Jacke, Arminia-Schal, Mütze. Dirk nimmt den letzten Schluck von seinem Bier. Er sagt, los Ingo, auf geht's ins Stadion. Ich habe eine Idee. Vielleicht ist heute ja dein Glückstag. Ingo fragt, wie meinst du das? Aber Dirk sagt nichts. Er ist schon auf dem Weg nach draußen. Ingo trinkt schnell sein Bier aus. Dann zieht er seine Jacke an und läuft seinen Freunden hinterher. Ingo läuft zu Dirk und fragt wieder, wieso Glückstag? Dirk sagt, naja, heute ist doch das letzte Spiel vor der Winterpause. Wenn Arminia Bielefeld gewinnt, gibt es was zu feiern. Ingo versteht nicht, was das mit ihm zu tun hat. Er sagt, na und? Dann habe ich trotzdem kein Geschenk für Karin. Dirk bleibt stehen und hält Ingo am Arm fest. Dann sagt er, was meinst du? Freut sich Karin über ein Trikot? Ingo guckt Dirk mit großen Augen an. Dann lächelt er und sagt, na klar, das ist das perfekte Geschenk. Dirk geht weiter und sagt, na also, wir gehen nach dem Spiel direkt an den Zaun. Heute geben bestimmt alle Spieler ihr Trikot ab. Mit etwas Glück bekommst du eins ab. Und zwar umsonst. Ingo ist total aufgeregt. Er klopft Dirk auf den Rücken und sagt, man, wenn das klappt, der Plan ist genial. Die Freunde gehen zusammen zum Stadion. Von der Stammkneipe bis zum Stadion ist es nicht weit. Ingo und Dirk haben den anderen von dem Plan erzählt. Alle sind begeistert und wollen Ingo helfen. Die Freunde kennen sich gut im Stadion aus. Deshalb sind sie schnell auf ihren Plätzen. Hier stehen sie immer, direkt hinter dem Tor. Dirk hat für alle was zu trinken geholt. Er kommt gerade rechtzeitig. Der Schiedsrichter pfeift und das Spiel geht los. Die Stimmung im Stadion ist super. Die Zuschauer feuern Arminia Bielefeld an. Sie singen, klatschen und hüpfen. Ingo und seine Freunde kennen alle Lieder. Sie machen mit und beobachten das Spiel. Ingo fragt Dirk, was meinst du, wie es ausgeht? Dirk ist nervös. Ohne Ingo anzugucken, sagt er, leicht wird das heute nicht. Aber ich glaube, dass wir gewinnen. Ich tippe 2 zu 1 für Arminia Bielefeld. Das Spiel ist spannend. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Es geht die ganze Zeit hin und her. Arminia Bielefeld hat viele Torchancen. Aber der Ball geht nicht ins Tor. Ein paar Mal ist es richtig knapp. Zur Halbzeit steht es immer noch 0 zu 0. Die Zuschauer glauben aber an den Sieg. Nach der Pause singen und klatschen sie noch lauter. Ingo und seine Freunde machen mit. Arminia Bielefeld versucht es immer wieder. Aber auch jetzt geht der Ball ganz knapp vorbei. Oder der Torwart hält gut. Ingo und seine Freunde werden nervös. Es sind nur noch ein paar Sekunden. Dann ist das Spiel vorbei. Fabian Kunze ist der Lieblingsspieler von Dirk. Er hat jetzt den Ball. Seine Mitspieler sind alle direkt vorm Tor. Fabian Kunze steht weit weg vom Tor. Fabian Kunze weiß, dass der Schiedsrichter gleich pfeift. Dann ist das Spiel zu Ende. Er guckt, zu welchem Mitspieler er den Ball schießen kann. Dann nimmt er Anlauf und schießt einen hohen Ball direkt vor das Tor. Der Ball ist lange in der Luft. Alle Spieler wollen an den Ball. Aber der Ball ist immer noch in der Luft. Die Spieler drängeln. Sie versuchen an die Stelle zu kommen, wo der Ball runterkommt. Fabian Klos ist der größte Spieler von Arminia Bielefeld. Und er steht an der richtigen Stelle. Der Ball kommt genau auf ihn zu. Fabian Klos springt hoch. Sein Gegenspieler auch. Aber Fabian Klos springt höher. Er nimmt den Ball mit dem Kopf an und lenkt ihn in die linke Ecke vom Tor. Der Ball fliegt jetzt in Richtung Tor. Der Torwart steht in der rechten Ecke vom Tor. Er will den Ball unbedingt halten. Also springt er in die linke Ecke vom Tor. Der Torwart macht sich ganz lang. Er versucht an den Ball zu kommen. Er berührt den Ball sogar mit seinen Fingern. Aber er kann ihn nicht festhalten. Der Ball landet im Tor. Die Zuschauer springen von ihren Sitzen auf und strecken ihre Arme in die Luft. Arminia Bielefeld hat ein Tor geschossen. Es steht 1 zu 0. Alle umarmen sich und jubeln. Die Spieler von Arminia Bielefeld und alle Zuschauer. Dann pfeift der Schiedsrichter. Das Spiel ist zu Ende. Arminia Bielefeld hat in letzter Sekunde gewonnen. Dirk packt Ingo am Arm und ruft. Los komm. Wir müssen an den Zaun. Sonst ist da gleich alles voll. Ingo und die anderen laufen Dirk hinterher. Alle finden einen Platz am Zaun. Jetzt warten sie auf die Spieler. Die Zuschauer jubeln immer noch. Die Spieler von Arminia Bielefeld stehen auf dem Spielfeld und lassen sich feiern. Am Zaun ist es inzwischen voll geworden. Alle wollen mit den Spielern abklatschen. Die Fans strecken ihre Arme durch den Zaun. Die Spieler machen sich auf den Weg. Sie klatschen mit den Fans ab, schütteln Hände und machen Fotos. Einige ziehen ihr Trikot aus und schenken es einem Fan. Ingo und seine Freunde haben gute Plätze am Zaun. Gleich kommen die ersten Spieler bei. Ingo und seinen Freunden vorbei. Ingo und seine Freunde klatschen mit den Spielern ab und fragen nach einem Trikot. Aber die meisten Spieler haben ihr Trikot schon einem anderen Fan gegeben. Die letzten drei Spieler laufen an Ingo und seinen Freunden vorbei. Amos Pieper, Fabian Kunze und Fabian Klos. Amos Pieper bleibt bei einem Jungen neben Dirk stehen. Ingo beobachtet alles. Amos Pieper und der Junge machen zusammen ein Foto. Dann zieht Amos Pieper sein Trikot aus und gibt es dem Jungen. Verdammt, denkt Ingo. Als nächstes kommt Fabian Kunze. Er schüttelt Hände und macht Fotos mit den Fans. Aber er hat kein Trikot an. Er hat es schon einem anderen Fan gegeben. Ingo und seine Freunde werden nervös. Das sieht nicht gut aus für Ingo. Dann kommt Fabian Klos. Der hat sein Trikot noch nicht verschenkt. Fabian Klos klatscht mit den Fans ab. Ingo und seine Freunde warten darauf, dass Fabian Klos endlich zu ihnen kommt. Fabian Klos ist fast bei Dirk. Aber dann dreht er sich um und geht zurück zum Spielfeld. Ingo und seine Freunde schlagen ihre Hände über den Kopf zusammen. Das kann doch nicht sein, denken sie. Dirk reagiert blitzschnell. Er streckt seine Arme durch den Zaun. So weit wie er kann und schafft es. Er fasst Fabian Klos am Trikot. Fabian Klos bleibt stehen und guckt Dirk an. Dirk ruft. Fabian, warte. Komm mal bitte her. Alle gucken gespannt auf Fabian Klos. Und tatsächlich, Fabian Klos geht zu Dirk. Dirk. Ingo steht ein Stück daneben. Er sieht, wie Dirk mit Fabian Klos redet. Aber er kann nicht hören, was sie sagen. Dann geht Fabian Klos zu Ingo. Als er bei Ingo angekommen ist, fragt er Dirk, der hier? Dirk antwortet, ja genau. Fabian Klos guckt Ingo an und grinst. Er sagt, frohe Weihnachten, Kumpel. Dann zieht er sein Trikot aus und gibt es Ingo. Ingo weiß nicht, was er sagen soll. Er hält das Trikot fest in seinen Händen. Es ist nass und dreckig. Dann sagt Ingo, danke Fabian. Du bist der Beste. Danke Mann. Mehr fällt Ingo nicht ein. Fabian Klos lächelt und geht dann zurück zum Spielfeld. Ingos Freunde können es kaum glauben. Sie rennen zu Ingo und rufen, Mensch, du Glückspilz. Das war ganz schön knapp. Alle freuen sich für Ingo. Ingo ist immer noch sprachlos. Dann steht Dirk vor ihm. Die beiden Freunde umarmen sich. Ingo bedankt sich bei Dirk und fragt, wie hast du das nur geschafft? Dirk sagt nichts und lacht. Dann umarmen sie sich nochmal. Nach dem Spiel gehen die Freunde wieder in die Stammkneide. Alle haben gute Laune. Ingo gibt seinen Freunden ein Bier aus. Später auf dem Weg nach Hause denkt er, Mann, was hab ich für tolle Freunde. Eine Woche später ist Heiligabend. Ingo hat das Trikot gewaschen und schön eingepackt. Karin packt das Geschenk vorsichtig aus. Als sie das Trikot in den Händen hält, greift sie vor Freude los. Ah, wie geil ist das denn? Ingo, du bist ja verrückt. Das ist ja der Hammer. Karin umarmt Ingo und gibt ihm einen Kuss. Ingo freut sich und sagt, Fabian Klos hat das Trikot sogar schon getragen. Karin kann es nicht glauben. Dann erzählt Ingo alles. Von Dierks Idee und den anderen Freunden, die ihm geholfen haben. Karin ist überglücklich. Sie umarmt Ingo ganz fest und verspricht ihm gut auf das Trikot aufzupassen. Von jetzt an zieht sie es bei jedem Spiel an. Ingo freut sich sehr darüber. Später guckt Ingo auf sein Handy. Er hat eine Nachricht von Dirk. Und wie gefällt Karin das Geschenk? Ingo muss grinsen und schreibt, es ist das perfekte Geschenk. Manuel, vielen Dank fürs Vorlesen. In der nächsten Folge sind wir mit Ralf Rute in der Bielefelder Stadtbibliothek. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Und ganz wichtig, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, dann werdet jetzt Inkluencer. Sagt uns unter dem Hashtag Ich bin Inkluencer, weil, warum ihr euch für Inklusion einsetzt. Mehr Infos findet ihr auf www.bielefeld.de oder direkt auf Instagram inklusion-bielefeld. Und wie ihr euch für Inkluencer. Immer haltet ihr euch für deine Frage. Werdet ihr euch für die Frage. Wie ist es für eine Frage. Vielen Dank.